Ja, damit Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur virtuellen Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Das Ganze vor dem 10. Spieltag, das heißt am Sonntag, am Nikolaustag, 13.30 Uhr, die Pfeilchen gegen Jan Regensburg. Unser Chefcoach Dirk Schuster ist auf dem Podium. Dirk, zuletzt haben wir immer begonnen, die Pressekonferenz vor dem Spiel mit den Personalnews. Ich wäre dafür, wir behalten Wertes fest und starten auch heute so, wenn du einverstanden bist. Einverstanden, aber erst mal Glück auf in die Runde. Klar ist, dass Strauss hier ausfällt wegen der gelb-roten Karte. Wir Langzeitverletzte auch noch nicht wieder an Bord haben, wie Edemajicak, Melkakutalua und Foxakalich, klar. Ja, in dieser Woche war die Trainingssituation nicht ganz einfach für uns. Wir haben ein paar Blessuren mitgebracht aus den Tausend, wo verschiedene Spieler auch nicht alle Einheiten mitmachen konnten. So, dass wir selbst Stand heute noch nicht genau wissen, welche Spieler uns überhaupt zur Verfügung stehen. Noch ein paar Angeschlagene, noch nicht hundertprozentig fit, sodass wir davon auch unser System abhängig machen müssen. Und ich hoffe natürlich, dass wir einigermaßen aus dem Vollen schöpfen können, dass wir die Qual der Wahl haben, um unser Ziel, den dritten Sieg in Folge einzufahren, auch verwirklichen können. Wir wissen, dass das eine brutal schwierige Aufgabe für uns sein wird, weil die Regensburger schon eine Mannschaft ist und sind, die es jedem Gegner schwer machen kann und die auch in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen können. Und der schweren Aufgabe sind wir uns durchaus bewusst, müssen an die Leistungen von zuletzt anknüpfen, um eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen, müssen dieselbe Mentalität, dieselbe Konzentration und auch denselben Mut zur Kreativität nach vorn in die Waagschale werfen, um die drei Punkte hier zu behalten. Und das ist unser Ansatz. Dementsprechend fokussiert muss auch die Mannschaft sein, dass wir schon im Training dann auch am Sonntag diese Gier wiederentwickeln, die Leistungen abrufen zu können, die es uns möglich macht, das Spiel zu gewinnen. Das war der Ausblick aufs Spiel mit unserem Cheftrainer Dirk Schuster. Wenn ich in die Runde gucke, in die virtuelle, was ich auf dem Monitor sehe, dann sind wir heute eine ausgesprochene Männerrunde und für die ist jetzt die Fragerunde eröffnet. Wer möchte zuerst bitte kurzes Handzeichen und dann schalten wir das Mikrofon zu. War das Thorsten vom Wege, der sich da gemeldet hat oder war das nur ein Fingerzeig? Okay, dann weiter in der Runde. Wer Fragen hat, bitte melden. Sebastian Wutzler für die BILD und für die BA. Ja, ich fange mal an. Herr Schuster, wer wären denn jetzt die ersten Alternativen für John Patrick Strauss? Ja, ich denke, dass Baumi eine Rolle spielen könnte. Gerdan Bussmann könnte eine Rolle spielen. Ritzi sowieso auf den Außenpositionen. Ich glaube, dass das die drei Hauptkandidaten sind, die vorrangig da sich duellieren könnten. Aber auch da sind wir noch nicht zu der Weisheit letzten Schluss gekommen, weil Baumi auch Teile der Woche versäumt hat und es noch nicht hundertprozentig feststeht, ob er uns zur Verfügung steht. Und die nächste Frage, wenn es die gibt. Das ist Thomas Scholze für die Freie Presse. Ja, Herr Schuster, die viel zitierte Gier. Wie ist denn Ihr Eindruck in dieser Trainingswoche? Sind die Spieler wieder bereit, an ihre Grenzen zu gehen oder kehrt nach so einer Erfolgsserie ein bisschen Zufriedenheit ein? Ja, diese Zufriedenheit, Sorglosigkeit, die darf nicht einkehren. Also diese Gier müssen wir Woche für Woche an den Tag legen. Wir brauchen auch Woche für Woche diese hundertprozentige Bereitschaft, alles zu geben und alles zu investieren, um überhaupt in der Liga Punkte sammeln zu können. Und ich glaube, dass das ein Grundanspruch an jeden einzelnen Spieler, aber auch an jeden einzelnen Trainer sein muss, jeden Tag das Beste abzuliefern, um dann zum Höhepunkt der Woche jetzt am Sonntag 13.30 Uhr so bereit zu sein, alles investieren zu können, dass ich ans Limit gehen kann und der Mannschaft und dem Verein helfen kann, unsere Ziele zu erreichen. Und für mich ist das eine Grundvoraussetzung, diese Bereitschaft zu entwickeln und diese Gier dabei, on top noch obendrauf zu setzen. Das haben wir in der Woche gesehen, wo auch Spieler, die momentan weniger Einsatzzeiten hatten, ob das ein Jan Hochscheid war, ob das ein Dima Nassarow war, ob das auch ein Antonio Jonjic war, die schon in der Trainingswoche gezeigt haben, dass sie mit den Hufen schauen, dass sie in die Mannschaft rein wollen. Natürlich, in Anführungsstrichen gesagt, sind sie so ein bisschen das Opfer der letzten guten Resultate, die wir erzielt haben und wie die Mannschaft auch gespielt hat. Aber ich glaube, dass sie auch allen anderen demonstrieren, dass sie in die Truppe wollen, dass sie den Konkurrenzkampf und das Trainingsniveau sehr hoch halten. Und das kommt allen zugute und treibt auch die Spieler, die momentan vielleicht einen Tick oder eine Nasenspitze weiter vorn sind, zu besseren Leistungen, zu guten Leistungen, sodass wir dann auch unsere Spiele gewinnen können. Aber diese Trainingsqualität, das Trainingsniveau wird durch die Spieler, die, wie ich es gerade gesagt habe, sehr hoch gehalten. Und das tut allen gut. Danke, eine Frage. Gerne weiter, Thomas Scholze. Ja, dass die Trainer den Gegner stark reden vor Spielen, ist ja üblich. Regensburg hat jetzt mühsam gegen Würzburg gewonnen, davor dreimal verloren. Mit welchen Waffen können die auch gefährlich werden, die Regensburger? Ja, wir haben die Würzburger schon klar analysiert, haben das gestern auch in einer Videositzung der Mannschaft rübergebracht, werden jetzt nochmal morgen im Detail auf jeden einzelnen Spieler eingehen, sodass wir von der Regensburger Mannschaft, vom Personal, vom System, auch von den Automatismen sehr gut vorbereitet sein werden. Und da haben wir schon gesehen, dass die Regensburger ihre Qualitäten in der vorderen Reihe haben, wo sie auch gut kombinieren, wo sie Tempo haben, wo sie ja auch vom Fußballerischen, von der Qualität und von der Mentalität in der Lage sind, aus wenig Chancen auch Tore zu machen. Und ich denke, das wird für uns ein dickes Brett wieder sein, was wir zu bohren haben, weil die Regensburger, obwohl sie das jetzt gerade so ein bisschen negativ geredet haben, haben auch schon zwölf Punkte, gerade mal drei weniger als wir. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir in dieser Woche hauptsächlich auch auf uns geschaut haben, wie wir die Regensburger bearbeiten wollen, was wir selber für Lösungsvorschläge angeboten haben, der Mannschaft im offensiven Bereich. Und dass wir natürlich auch auf die Stärken im Offensivspiel der Regensburger reagieren müssen und die im Zaum halten müssen. Da werden wir der Mannschaft auch noch Möglichkeiten und Lösungsvorschläge anbieten, mitgeben, sodass wir hoffentlich in jeglicher Beziehung, sowohl vom Körperlichen, vom Geistigen, aber auch vom Taktischen vorbereitet sein werden, dass wir in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Vielen Dank, war sehr ausführlich. Ja, wer stellt die nächste Frage, wenn es die gibt? Dann sind wir jetzt bei Thorsten von Wege für MDR aktuell, in dem Fall für die Jungs vom Hörfunk. Sehr gerne, Herr Schusser. Sie haben ja in den vergangenen Spielen doch relativ, man nennt es so schön neudeutsch, hochgestanden oder mit Pressing gespielt. Da werden Sie uns sicherlich nicht die Taktik verraten, das könnten Sie gleich in Regensburg anrufen. Aber ist das Eingedenk der verletzten Misere, von der Sie gerade gesprochen haben, der angeschlagenen Spieler, auch gegen Regensburg zumindest eine Option? Also Option haben wir viele, auch vom taktischen System her. Wir haben ja in der Saison mit Dreier, respektive Fünferkette gespielt. Wir haben im 4-2-3-1 gespielt, wir haben im 4-3-3 gespielt. Wir haben mal ein hohes Mittelfeldpressing angewandt. Wir haben auch in sehr vielen Spielen einen Gegner vorn zugestellt bei Abstößen und sind vorn sehr hoch angelaufen. Und ich glaube, dass wir aus allem so die gesunde Mitte finden müssen, weil die Regensburger schon spielerische Lösungen auch von hinten heraus finden, die wir auch gesehen haben. Dass sie hier in der Lage sind, sich nach vorne durchzuspielen, aber auch im Spiel auf den zweiten Ball extreme Stärken hat. Und das macht es natürlich auch für uns ein bisschen schwerer. Aber ich denke schon, dass wir die Lösungen, die wir anbieten, auch davon überzeugt sind, dass es funktioniert, dass es funktionieren kann und dass die Mannschaft das mit voller Überzeugung auch umsetzen wird. Und dann denke ich, dass wir, ob wir vorn pressen, je nachdem, welches System wir vorgeben oder ob wir ein höheres Mittelfeldpressing spielen, dass wir schon zeitig stören wollen. Das ist richtig, ja. Wer macht weiter? Keiner. Keiner in dem Fall. Gut. Wenn alle Fragen gestellt und beantwortet sind, dann bedanken wir uns ganz herzlich für die Teilnahme an unserer virtuellen Pressekonferenz. Unsere Mannschaft noch eine gute Vorbereitung, Dirk, bis zum Sonntag. Und ansonsten dann am Sonntag ab 13.30 Uhr gegen Jan Regensburg. Bis dahin Glück auf und schönen Feierabend.